ja heute machen wir einen zahnriemen wechsel an einem charan 7n modell baujahr 2011 ist der cffb motor also common rail und hier ist es jetzt auch so dass das ganze normalerweise auch abgehangen werden muss beim charan ist aber die problematik dass hier und da hinten von der aufstützung her mit einem motorträger ein bisschen doof ist man welche die sag mal die bleche nicht verbiegen deswegen werden wir das unten einmal mit einfach an der ölwanne genau auf der ecke dann mit einem wagenheber und ein gummiunterlegstück dann gegen abstützen wenn wir dann diese seite hier sozusagen los schrauben ich habe hier auch schon mal angefangen ich werde gleich noch ein paar handyaufnahmen zwischenblenden weil das ist alles so eng das wird mit einer anderen kamera nicht vernünftig aufgenommen werden und ich bin dann auch immer im weg deswegen werde ich da handyaufnahmen einblenden ja als allererstes seht ihr auch schon der ausgleichsbehälter ist hier habe ich schon weggebaut der dieselfilter ist auch zur seite gebaut so dass diese ganzen verschlauchung hier uns nicht stören kühlmittel müsst ihr als erstes ablassen guckt euch einfach unten an wo der tiefste punkt ist hierbei war es jetzt so dass man nicht am kühler selbst die schläuche ab macht weil da fließt sag ich mal nicht das ganze wasser raus sondern jetzt habe ich so gemacht dass ich unten an der umwälzpumpe da ist eine kleine umwälzpumpe drunter dort gelöst habe da ist der tiefste punkt und dort das kühlmittel abgelassen habe das kann auch schon in der zwischenzeit abtropfen wenn ihr die anderen arbeiten macht und der zahnriemen ist jetzt auch schon raus abgesteckt ist das ganze und hier haben wir jetzt noch eine kleine problematik und zwar beim auseinandernehmen haben wir dann festgestellt dass unten hinter der aufnahme vom zahnriemen sprich die zahnriemenscheibe dahinter der simmerring zum motor ein bisschen öl verliert und bei der arbeit machen wir das dann gleich mit ist aber jetzt erst aufgefallen ich besorgt den morgen und dann werden wir den simmerring gleich mit auswechseln weil wenn man so welche arbeiten macht und sieht da ist der simmerring undicht das so zusammenzubauen und dann macht ihr euch die arbeit noch mal doppelt weil dann nach 30 oder 40.000 kilometern natürlich noch mehr ölverluste kommen und dann lieber den simmerring gleich mitmachen dafür muss dann die zahnriemenscheibe sozusagen also sprich unten die kuppelwelle das ganze an der hauptschraube gelöst werden da sitzt auch wieder richtig kraft hinter und deswegen vernünftiges werkzeug und dann kriegt ihr das auch lose ja ihr seht hier das nockenwellenrad ist hier dann schon abgesteckt die drei schrauben einfach nur anlösen also wenn ihr dann abgesteckt habt das ganze sprich auch unten die kuppelwelle mit dem hier da ist dann die markierung hier auf der ecke also da wo mein daumen ist da ist eine markierung und die muss übereinstimmen mit der markierung an dem kuppelwellenrad unten von dem zahnriemen und dann kriegt ihr auch den bolzen rein und hier müsst ihr genau gucken hier ist es so bei der hochdruckpumpe das hier jetzt versuchst du mal zu zeigen also hier hinten ist sowieso nun und dahinter ist eine bohrung und das muss dann sozusagen übereinstimmen und dann steckt ihr hier die hochdruckpumpe auch ab die umlenkrollen hier die und die sind schon die neuen drauf ich nehme wieder einen conti satz also sprich kompletten komplettes kit von conti mit wasserpumpe und so die wasserpumpe und hier der riemenspanner der ist jetzt noch der alte weil erst hier die ganze brücke weggebaut werden muss also sprich der motorträger hier auf der seite muss komplett abgebaut werden damit man an die wasserpumpe vernünftig kommt und eben auch an den riemenspanner auch kommt aber ich will erst unten die an der kuppelwelle die verschraubung wieder festziehen weil dann der motor vernünftig fest sitzt und man hat einigermaßen platz unten und kann das vernünftig anziehen weil das wird wieder mit richtig drehmoment angezogen ich werde dann die drehmomente noch durchgeben hier vorne die bekommt 50 newtonmeter und wird 90 grad weiter gedreht deswegen ist auch hier so eine kleine markierung ich mache das immer so ich markiere mir die schraube und dann drehe ich und dann sehe ich genau den winkel hier oben die kleine umlenkrolle bekommt 20 newtonmeter und wie gesagt wenn es daran geht unten die an der kurbelwelle festzuziehen werde ich noch das genau nachgucken und euch auch mit durchgeben oder einblenden ja wie ihr seht hier der dieselfilter alles zur seite gehangen also gar nicht erst jetzt hier abgezogen der stört nicht ihr könnt das ganze paket hier zur seite binden bisschen fixieren dass das hier oben drauf liegen bleibt und dann habt ihr genügend platz um an dem motor jetzt von der seite zu schrauben und den rest dann eben von unten entweder auf einer hebebühne oder auf einer grube eines noch wenn ihr nicht diese position hier habt also sprich irgendwo 7 uhr oder sowas ist das ja und hier die andere position dann ist es so und ihr steckt unten das ganze einer kurbelwelle ab ist ja logisch und die kurbelwelle macht zwei umdrehungen und die nockenwelle hier oben die macht eine umdrehung deswegen dann gucken wenn jetzt diese position hier vorne ist dann müsst ihr einfach noch unten die kurbelwelle eine umdrehung weiter drehen dann habt ihr das auf den richtigen positionen diese stifte das ist genauso wie bei meinem motor also sprich den pumpen düse motor zwei liter das sind dieselben dorne dieselben absteckwerkzeug genauso auch dieses absteckwerkzeug ist genau dasselbe kann dafür genauso verwendet werden hier ist es jetzt so da ist eine nockenwelle montiert das heißt das nach ventiler und deswegen eine nockenwelle abgesteckt und das den zweiten pin den man normalerweise bei den 16 v in die zweite nockenwelle steckt kommt jetzt da hin so ist ein bisschen schwer hier das ganze einzufangen weil es direkt hinter den schläuchen und so ist aber das ist jetzt die kurbelwelle und da sieht sitzt normalerweise das kurbelwellenrad also für den zahnriemen antrieb dran und jetzt sieht man da unten ist motoröl rausgelaufen also noch keine großen mengen aber man sieht da unten hat schon angefangen raus zu siffen und diesen simmerring ersetzen wir dann jetzt dafür muss natürlich diese hauptschraube raus und das rad abgenommen werden um an den simmerring zu kommen für das einsetzen von dem simmerring unten an der kurbelwelle habe ich mir so eine hülse gedreht hier innen ist der durchmesser sozusagen von dem zapfen von der kurbelwelle und hier außen seht ihr den absatz für den simmerring selbst der absatz ist so ein millimeter das bedeutet wir können den simmerring dann aufsetzen vorsichtig natürlich aufsetzen oben ist eine kante klebt die mit klebeband ab damit der simmerring dort nicht beschädigt wird können den rein schieben den simmerring aber um dann die genaue tiefe zu bestimmen der soll leicht vertieft drin sein ist es so ratsam mal sich ein werkzeug eben zu basteln was hier den absatz hat das bedeutet wir setzen das an und können dann hier drauf schlagen und hier außen an der anderen kante liegt dann dass der alu kragen auf und der simmerring ist komplett plan vernünftig um ein millimeter eingesetzt nach hinten eingebaut weil in dieser bohrung ist hinten kein absatz sie könnte den simmerring sozusagen durchschlagen und zu tief einbauen deswegen so ein werkzeug ganz ratsam oder ihr müsst eben vorsichtig mit einer passenden nuss oder irgend sowas in der art das ganze eintreiben und immer wieder nachschauen dass der gleichmäßig eingebaut ist und nicht eventuell etwas schief sitzt weil wenn der erstmal dann schief drin sitzt und dann an einer stelle zu tief drin sitzt habt ihr verloren dann müsst ihr den simmerring rausziehen und euch wieder neuen simmerring besorgen und den dann einsetzen weil beim rausziehen beschädigt hier auf jeden fall die dicht lippe so der neue zahnriemen ist drin hier vorne der riemenspanner müsste gucken dass er genau auf den zeiger guckt und eben die lasche die hier unten drunter ist auch sauber eingeklipst ist in das kunststoffteil die hochdruckpumpe mussten wir noch mal leicht lösen weil die nicht absolut auf position saß wir konnten den stift hier vorne nicht sauber setzen das bedeutet dann für euch auch wenn der nicht rein geht müsst ihr die drei schrauben lösen und die pumpe ein stückchen hin und her drehen hier über die schrauben so dass ihr den stift auch einführen könnt genauso natürlich wie den stift an der nockenwelle also die ot ist jetzt hier nicht mehr wir haben den motor schon weiter gedreht aber normal sitzt er hier unten dann ja jetzt geht es dran wieder den hier vorne die brücke einzubauen vom motorhalter die ich hier über die drei schrauben rüber geht dafür müsst ihr dann gucken wieder auch wie beim abmontieren den motor anheben damit ihr an die oberen schrauben kommt und den motor recht stark absenken damit ihr die unterste schraube erwischt die hier unten dann ist und dann könnt ihr hier vorne das gummilager aufsetzen und verschrauben schrauben von dem Zahnriemenwechsel, also sprich der alte Zahnriemen, Flachrippenriemen, Wasserpumpe, die Umlenkrollen hier. Ich hatte mir das soweit angeguckt, die Umlenkrollen, also die Lager, wenn man die auch dreht, waren auch noch sehr leise und auch drehen sich sehr sauber. Also man merkt auch, dass die wirklich satt noch sich drehen lassen und nicht so einfach so, sag mal, dass man denkt, dass das Fett da raus ist. Also die fühlten sich alle noch sehr gut an. Auch die große Umlenkrolle fühlte sich gut an, Spannrolle genauso. Wasserpumpe fühlt sich auch sehr gut an. War auch kaum eine Undichtigkeit oder irgendwas zu sehen. Also an der Wasserpumpe, die ist so eingebaut im Motor und hier unten an der Wasserpumpe ist immer so eine Bohrung. Dort kann man erkennen, wenn hier intern sozusagen von hier von dem Wasserhaushalt eine Undichtigkeit ist. In der Welle ist hier extra eine Bohrung, damit das Kugellager, was hier oben drin ist, nicht voll mit Wasser läuft, sondern hier aus der Bohrung dann ans Kühlmittel rauskommt. Also wenn ihr an eurer Wasserpumpe dann hier so Überreste seht, so, sag mal, rote Überreste, die so angetrocknet sind von Kühlmitteln, dann war auf jeden Fall hier intern die Abdichtung schon defekt gewesen. Also das heißt, die wäre sowieso, sag mal, in ein paar tausend Kilometern wahrscheinlich immer undichter geworden. Der Zahnriemen selbst sieht sogar sehr, sehr gut aus. Man sieht nicht, dass er brüchig ist oder sonst was. Der war jetzt 175.000 Kilometer da drin. Ich meine, bei dem Scharan sind sogar angegeben, dass 210.000 Kilometer gefahren werden kann, aber alleine vom Alter. Ihr müsst auch gucken, das Fahrzeug ist ja ein 2011er Baujahr. Das bedeutet, das sind ja jetzt zehn Jahre und zehn Jahre altes Gummi wird auch irgendwann spröde. Dann sollte man dann trotzdem wechseln, obwohl die Kilometer nicht erreicht sind. Der Flachkrippenriemen sieht auch okay aus, aber da sieht man dann schon ganz kleine, wenn man den jetzt so nach hinten klappt, hier so in den Bereichen, sieht man manchmal so ganz, ganz kleine Risse. Das bedeutet, es wäre wahrscheinlich noch zigtausend Kilometer gut gegangen, aber beim Zahnriemen, wie gesagt, nie einen Kompromiss machen und zu sagen, ja, nein, das hält noch ein paar tausend Kilometer. Wenn er euch reißt, ist das natürlich ein Motorschaden. Wir haben natürlich in dem Zuge auch gleich einen Service durchgeführt, sprich Ölwechsel und die Filter gewechselt und jetzt zusätzlich auch bei der Laufleistung haben wir natürlich den Dieselfilter jetzt auch einmal erneuert, wenn wir schon so ein bisschen dabei sind, dass das jetzt alles einmal frisch ist. Ihr habt auch im Video wahrscheinlich gesehen, dass da noch eine zweite Person am Schrauben war. Das war mein Schwiegervater, hat auch Spaß gemacht, mit ihm zu schrauben, war auch sein Fahrzeug und da wollte er auf jeden Fall dabei sein, dass wir das zusammen machen. Ich hoffe, das Video hilft euch auch bei eurem Zahnriemenwechsel weiter und eventuell, wie gesagt, unten der Simmerring, guckt euch den immer an, wie der ausschaut, ist der trocken. Unten der Bereich, braucht ihr den Simmerring nicht wechseln. Hierbei war es jetzt so, dass das natürlich erst auffällt, wenn das nur kleine Leckagen sind, tropft es unten noch nicht raus, ihr seht es nicht und wir mussten dann natürlich, ich sag mal, den Simmerring erst besorgen und dann haben wir am nächsten Tag weitergeschraubt. Ja, bis dahin.